So! Sammer! Oh mein Gott! Hey! Noch ruhig! Haha! Nein! Danke! Das ist so normal! So, so? Ja, ein bisschen. Es geht, dass ich es möchte. Aber gerade so! Gut! Ah! So! Danke, danke, danke! Das ist gut. Dann guten zusammen! Guten! Lech, Mama! Stank Geile! Fraß! Pfui, Pfui, Pfui! Jetzt, jetzt gibt es einen Krägerkurs! Was? Für? Ist etwas nicht gut? Nein, nein! Hallo! 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 Hallo, Peli! Hallo, Paprik! Hallo! Danke vielmals! Hallo! Hallo! Ich werde euch heute Abend Manieren beibringen. So können ihr auf keinen Fahndelkernband. Sitzt gerade hin. Hände auf die Schoss. Und tu das Nattel weg, sonst musst du das wegnehmen. Und mischst außen an mit dem Wein. Wie geht es eigentlich nur? Wir sind keine Trunkenbolde. Wir können ihn an der Bar machen, hier bei Wunderhaltung. Und am Stil. Tingo. Genau. Kleine Finger auseinanderkriegen. Zum Borgoni. 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 Aber beim Dinieren gibt es wichtige Regeln, die wir mitbeachten. Wir nehmen Messer und Gabeln. Wir schmatzeln die Nöte. Warum? Und wir retten auch nicht mit vollem Wohl. Ich wünsche einen guten. Mh, sehr delizios. Also das Dinere, ist ja wundervoll. Also so macht die Nieren richtig Freude mit euch. Und da wir... Wie geht es? Schreien? Vielen Dank.